50.000 Abos auf YouTube, es ist ein brutaler Meilenstein, für den ich mich natürlich in erster Linie mit diesem Video bedanken möchte. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie könnte so ein 50.000 Abonnenten-Special aussehen und da ja sowieso jeden Tag von mir irgendwelcher Börsen-Content kommt, habe ich mir gedacht, ich möchte euch einfach nochmal so ein bisschen tiefere Einblicke über mich selber gewähren, also wie überhaupt mein Werdegang gekommen ist zu dem, also wie es gestartet hat, wie ich dann eben zu diesem ganzen Thema YouTube und eben auch Influencer gekommen bin, dass es ein wirklich sehr schwieriger Weg auch für mich persönlich war, woher ich eben so auch mein Wissen habe, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie ich schon relativ früh auch wichtige Lektionen, die mir in der Börse geholfen haben, erfahren habe und vieles mehr, eben auch zur Arbeit als Influencer, da möchte ich euch mal heute mit diesem Video einen Einblick gewähren. Es wird einfach nur ein straightes Video mit mir vor der Kamera. Ich möchte diesmal keine irgendwelche fancy Einblendungen oder ähnliches haben. Über viele Sachen habe ich schon mal gesprochen, öfters eben auch immer wieder mal so in Nebensätzen in einem Livestream, aber ich weiß ja auch, dass die nicht immer alle verfolgen können, aber es sind auch viele Sachen mit dabei, die ihr mit Sicherheit noch nicht gekannt habt. Deswegen würde ich sagen, wir springen einfach mal los. Ich habe mir einen ganzen Haufen Notizen dazu gemacht, deswegen gucke ich immer wieder mal ein kleines bisschen nach unten, da steht alles drin. Beginnen wir einfach mal mit der Schule Ausbildung, das ist ja immer so die erste Frage, gerade auch wenn man so mit Börsenthemen zu tun hat, was hast du in diesem Hinblick gelernt oder bist du überhaupt aus diesem Bereich, da muss ich ganz klar sagen, nein. Ich habe nicht mal ein Abitur tatsächlich. Ich habe einen mittlere Reifeabschluss und habe dann noch das erste Jahr von der Fachhochschulreife gemacht. Dann, wie es eben so ist, so mit 16, 17 Jahren sagt man dann eben, ja man hat keine Lust mehr auf Schule, habe dann das zweite Jahr nicht mehr gemacht, obwohl meine Fachhochschulreife als das erste Jahr wirklich sehr stark war mit einem 1x-Kommaschnitt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich hatte auf jeden Fall eine 1 von Kommaschinen. Ich hätte also locker das zweite Jahr machen können, aber genau wie es so ist. Ich war relativ unzufrieden dann damals mit der Schule und da ich nebenberuflich bereits im Einzelhandel gearbeitet habe, habe ich mich dann für diesen Weg entschieden, was sich im Nachhinein ja als keine so tolle Entscheidung entpuppt hat, weil mir der Job eigentlich von Anfang an nie Spaß gemacht hat und habe dann tatsächlich aber trotzdem da die Ausbildung gemacht. Drei Jahre zum Einzelhandelskaufmann und habe mich dann da sozusagen, das war am Drogeriemarkt Müller, kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch, habe dort aber sehr vieles eben über Kaufverhalten gelernt, sehr viele verschiedene Sektoren, weil im Müller, es gibt hier eben einen besonderen Vorteil, den jetzt der Müller auch gegenüber zum Beispiel einem Rossmann, einem DM oder einem Budnikowski dann hat. Also ich bin mir sicher, jeder von euch kennt mindestens einen dieser Läden, dass man hier eben sehr viele verschiedene Sachen hat. Man hat Multimedia, Spielware, Schreibware, Drogerie, so lernt man halt über alles, was die verschiedenen Sektoren dann eben mitbringen. Natürlich auch Kosmetik, ich war also auch lange in der Parfümerie beschäftigt und habe mich dann da sozusagen ein Stück weit hochgearbeitet, bis zuletzt dann zum Marktleiter und das habe ich dann vier Jahre insgesamt gemacht. Da hat man natürlich so die ersten Sachen schon auch mal gelernt über eben verschiedene, also dort haben wir eben einen BAB benutzt, der Betriebsabrechnungsbogen ist eigentlich mittlerweile ein relativ veraltetes Instrument, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also so moderne Bilanz und Buchführung sieht meiner Meinung nach doch ein Stück weit anders aus. Aber genau, so bin ich dann eben auf meinem beruflichen Wege erstmal nach der Schule vorangeschritten. Viele fragen eben auch immer, ey, wie war so die Schulzeit und so. Da muss ich eben auch ganz ehrlich sagen, ich bin in Freiburg in einem wirklich Problembezirk auf die Schule gegangen. Also das ist, ja, Freiburg-Haslach-Weingarten heißt es bei uns. Es ist nicht ganz so schlimm wie jetzt wahrscheinlich irgendwie Berlin-Kreuzberg oder Neukölln, aber es ist in Freiburg auf jeden Fall so mit einer der schwierigsten Gegenden. Und da ist man dann halt natürlich auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, fürs weitere Leben auch so ein Stück weit geprägt, weil ich ecke teilweise natürlich auch ein bisschen an mit meiner Art, weil ich oft sehr offen und direkt gegenüber Sachen stehe. Und wenn jemand unberechtigte Kritik äußert, das ist für mich immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Also ich möchte so sagen, ich kann auf Kritik eigentlich sehr gut eingehen und nehme die auch gerne an. Ich habe nur ein großes Problem damit, dann auch ganz normal darauf zu antworten. Ich kann euch da das beste Beispiel, zum Beispiel zuletzt war ich ja bei Timo Bautzes auf dem Kanal und zum Interview, da haben wir über ASML gesprochen und dann kam als einer der wenigen negativen Kommentare, hat dann jemand geschrieben, ja zum Thema ASML, jeder der sich ein bisschen in der Chip-Branche auskennt, weiß, dass ein ASML also gar nicht so einen großen Burggraben hat und dass IBM seit dem Jahr 2021 schon zwei Nanometer-Chips dann produziert hat. Irgendwie war das natürlich ein ziemliches Eigentor, da IBM eben genau mit ASML-Maschinen diesen Chip entwickeln konnte. Also daran sieht man eben schon mal, der Kommentar an sich hat irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht, hat er nur gezeigt, dass derjenige selber überhaupt keine Ahnung hatte, wovon er gesprochen hat, probiert aber mich da sozusagen mit der Aussage so hinzustellen, als hätte ich überhaupt keine Ahnung davon. Also ich finde es immer schwierig, wenn man eine Kritik so äußert und dann probiert, den anderen da irgendwie damit zu denunzieren, ihn so ein bisschen als einen Idioten dastehen zu lassen, weil das suggeriert für mich schon ein bisschen, wenn man erst mal, bevor die Kritik kommt, dann direkt sagt, also jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, weil das heißt ja dann in dem Rückkehrschluss für mich, dass ich überhaupt keine Ahnung über das Thema habe und da fällt es mir dann persönlich eben auch schwer, auch eben aufgrund dessen, wo ich so ein Stück weit hergekommen bin, dann da ganz normal, ruhig und sachlich einzugehen. Ich weiß, dass das definitiv eine Schwäche von mir ist. Das ist aber auch was, was ich bei mir auf dem Kanal immer wieder am Predigen bin. Man sollte sich sowohl über seine Stärken als auch über seine Schwächen bewusst sein, denn der erste Schritt, um ein Problem lösen zu können, ist erstmal zu wissen, dass man eins hat. Und manchmal ist es dann halt einfach so, wenn man an einem Tag mal einen schlechten Tag dann hatte, dann fällt es mir dann auch schwierig, da dann gar nicht auf diese unberechtigten oder eben ja teilweise sogar beleidigten Sachen dann nur sachlich zu antworten. Und ja, es gelingt mir teilweise natürlich immer besser, weil ich jetzt mittlerweile auch einiges an Erfahrung habe und eben jetzt fast tagtäglich mit solcher Kritik konfrontiert werde. Aber nur, dass ihr auch mal wisst, warum es dann eben auch oft mal so schwierig ist, wirklich nur immer nur sachlich auf diese Sachen einzugehen, weil ich könnte euch natürlich vorstellen, meine Videos haben in der Regel ja zwischen 100 und 300 Kommentare. Wenn es normale Videos sind teilweise, kann das auch mal noch weiter nach oben ausufern. Da ist natürlich oft auch immer wieder mal sehr viel Kritik mit dabei. Und gerade, wenn es sich auf so einem Niveau abspielt, ist es für mich dann persönlich schwierig, dann da auch wirklich immer nur auf das Gesagte einzugehen. Also es ist nicht, dass ich beleidigen werde oder ähnliches. Aber nur, dass ihr auch mal wisst, ja, Kritik ist zwar immer schön und gut, aber es kommt auch immer darauf an, wie diese ausgesprochen wird. Und da bin ich dann noch jemand, der sich sowas dann auch einfach nicht gefallen lässt und das dann ganz klar auch sagt. Und da sagen dann viele, oh, da hätte man jetzt aber anders drauf eingehen können oder nur auf das. Da sage ich ganz ehrlich, ich bin da nicht der Typ dafür. Ich bin, ich passe mich dann oft so ein bisschen dann eben auch dem Niveau dann ein bisschen an, was wie gesagt so auch ein Stück weit mit meiner Vergangenheit in der Schule zu tun hat. Wenn man da so ein Stück weit, früher als Kindheit war es dann halt, wenn man da so ein bisschen Schwäche gezeigt hat, dann hat man da ziemliche Probleme bekommen. Deswegen bin ich jemand, der dann da auch gerne mal ein Stück weit wirklich energisch dann das Ganze zurückweist. Deswegen nur mal so viel dazu, ja. Wie hat sich dann alles weiterentwickelt nach meiner, oder während schon meiner Ausbildungszeit, habe ich das Pokerspielen für mich entdeckt. Und das ist so mit einer der wichtigsten Punkte, die ich auch schon für den Aktienmarkt dann hier für mich mitnehmen konnte. Das war so ein bisschen das richtige Bankrollmanagement, hat man das genannt. Analysefähigkeiten, also auch der Umgang mit Zahlen und vor allem das richtige Mindset, damit mit hohen Verlusten auch umzugehen. Ich habe damals schon um relativ hohe Beträge tatsächlich Poker gespielt. Also es sind öfters auch mal zu vierstelligen Pots dann insgesamt gekommen. Also ich bin regelmäßig auch ins Casino früher gefahren. Oder habe online dann, also teilweise sogar an 16 Tischen gleichzeitig gespielt. Also Multitabling hat man das dann sozusagen genannt. Und ich habe sowohl ein normales Texas Hold'em gespielt, als auch Hot Limit Omaha, heißt es, das ist mit vier Karten dann. Und hatte schon immer so ein bisschen Affinität für Kartenspiele. Ich habe es auch gesagt, ich kam früher aus dem Kartenspielbereich, aus Yu-Gi-Oh, in dem ich schon relativ erfolgreich war. Später dann eben Pokern, weil ich gemerkt habe, hey, da kann man sehr viel Geld verdienen. Habe mir dann damit auch so zwei bis drei Jahre meines Lebens ein Stück weit finanziert, weil ich eben auch noch zu der Zeit, das war so mit 18 bis 21, 22, sage ich mal, habe ich auch noch daheim gelebt, weil eben auch noch der Zivildienst dann anstand. Und so hat sich das Ganze dann ein Stück weit entwickelt. Und gerade viele Sachen aus dem Pokern, die kann ich heute noch mit an die Börse nehmen. Und hat mir persönlich sehr geholfen, weil man da eben dann auch mal, ja, ein Downswing hat man das im Poker genannt, wenn man eben mal eine Zeit lang wirklich eine schwierige Phase hatte, auch teilweise mal wirklich sehr viel Geld verloren hat einfach. Das hatte dann aber oft nichts mit schlechtem Spiel zu tun, denn Poker ist sehr nah an der Börse dran. Kurzfristig ist es immer Glück, wenn es eben wirklich nur um eine einzelne Hand dann geht. Es kann sein, dass du 90 Prozent gewinnen müsstest, aber jetzt halt gerade der eine Tag ist, an der dann eben dann bei der letzten Karte der Gegner dann das Glück sozusagen hatte. Das heißt dann nicht, dass du ein schlechter Pokerspieler bist, sondern an dem Tag einfach nur das Pech hattest. Das ist aber auch der große Vorteil von Pokern. Genau diese Glückskomponente, die in dem Spiel mit dabei ist, das lockt ja sehr viele Leute an. Denn wirklich jeder kann jeden Tag mehrere Hände zum Beispiel gegen die besten Spieler der Welt gewinnen, weil es eben diese Glückskomponente hat, auf lange Sicht hingesehen wird, aber jeder unerfahrene Spieler gegen einen erfahrenen verlieren. Und so ähnlich ist es ja auch mit der Börse. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Ihr habt eine Aktie gekauft und auf einmal in den nächsten zwei bis drei Wochen geht sie erstmal steil nach oben oder auch steil nach unten. Das sind kurzfristige Kursbewegungen, die in der Regel einfach nur dann Glück sind in dem Fall, denn niemand weiß, was in den nächsten Wochen an der Börse passiert. Was wir aber beeinflussen können an der Börse, ist die langfristige Entwicklung. Deswegen, Pokern ist sehr nah für mich an der Börse dran und hat mir hier wirklich unheimlich weitergeholfen. Ja, als ich mich dann dazu entschieden habe, den Job dann endlich zu wechseln nach so ungefähr 12 oder 13 Jahren, weil ich eben auch gemerkt habe, ich komme als Marktleiter nicht weiter, bin ich erst kurz zu Ferrero in den Außendienst gewechselt. Habe aber gesagt, das ist eine sehr schwierige Zeit gewesen. Es ist auch insgesamt nur knapp sieben Wochen gegangen, bis ich das Handtuch geschmissen habe. Hatte vor allem aufgrund, also das Unternehmen Ferrero an sich ist absolut top. Ich habe gerne mit den Produkten gearbeitet. Ich hatte tolle Arbeitskollegen, einen tollen Chef. Also es hatte überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern rein mit dem Kundenstamm. Also ich hatte vor allem eine große Kaufhauskette bei mir oder ja Lebensmittelkette bei mir im Bezirk drinnen, die für mich hochproblematisch waren, weil der Kette an sich ging es sowieso nicht so besonders. Und dementsprechend ist man dann auch immer begrüßt worden in den Läden. Das Problem war einfach, ich musste mit denen trotzdem zusammenarbeiten und bin da behandelt worden. Also wirklich wie ein Mensch, nicht zweiter, sondern dritter. Klasse. Also immer noch im Gedächtnis für mich ist geblieben, aufgrund von einer Lieferung, über die man gesprochen hat und der Kunde nicht richtig zugehört hat, hat dann am nächsten Tag eine relativ große Lieferung bekommen und hat mich dann zu Hause in einem Zimmer angerufen. Die haben natürlich alle auch direkt meine Handynummern dann gehabt. Also der Marktleiter, der hat so laut in das Handy reingeschrien, dass es meine Frau drei Zimmer weiter gehört hat und mich dahinter gefragt hat, was denn das überhaupt war. Und da habe ich dann schon so gemerkt, okay, das ist jetzt eine Situation. Ich wüsste genau, das würde relativ schnell eskalieren mit denen und das ist nicht so, wie ich mir einen Job vorgestellt habe, weil eben auch für mich die Stellenbeschreibung des Außendienstmitarbeiter ist. Also im Prinzip war es nur so, dass ich von Laden zu Laden gefahren bin und die Einräumtätigkeiten da übernehmen musste. Das war natürlich trotzdem ein sehr gut bezahlter Job. Aber ich habe gesagt, so stelle ich mir persönlich nicht meine zukünftige Arbeit vor und habe dann relativ schnell das Handtuch geworfen, weil ich eben auch relativ wenig Unterstützung dann seitens von dem Unternehmen bekommen habe. Ich habe die Situation geschildert. Ich habe gesagt, wie es aussieht, wie ich behandelt werde, wie ich beleidigt werde in den Läden. Also auch das teilweise auf einem Niveau, also ja, braucht man gar nicht weiter drauf eingehen. Und wie ist das Ganze dann weitergegangen? Man hat zu mir mal gesagt, ja, Sie sehen das alles vollkommen ein, Sie verstehen das, aber ich muss eben trotzdem wieder hin, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt, okay, nee, dann hat sich das für mich eigentlich schon erledigt. Danach bin ich dann in eine Personalagentur gewechselt. Das war so ein Job, weil gerade auch als Marktleiter habe ich sehr viele Bewerbungsgespräche geführt und habe mir eigentlich schon in einer Personalagentur vorgestellt, also ähnlich wie Headhunter, dass man also Leute gerade so aus fachlich interessanten Bereichen sucht und diese dann vermittelt. So ist es mir auch im Bewerbungsgespräch vermittelt worden, dass es also zwei Teile gibt. Zum einen die Leute, also Zeitarbeit, weil es war im Endeffekt dann halt eine Zeitarbeitsfirma und zum anderen eben auch, dass man normale Fachkräfte vermittelt. Ich war ungefähr 15 Monate in dem Unternehmen, ich glaube 14, 15 Monate. Im Endeffekt habe ich genau eine Person vermitteln dürfen, ganz normal. Ansonsten ist es reine Zeitarbeit gewesen. Auch das war eben ein Job, den ich persönlich, ja, das war auch somit der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe. Also dagegen war Einzelhandel und auch das bei Ferrero wirklich gar nichts. Mal, da gehört es einfach auch zur Tagesordnung, dass man die Leute belügen muss. Also könnt ihr euch das so vorstellen, in der Zeitarbeitsfirma ist es in der Regel so, die Leute kommen zu dir, die bewerben sich, gerade Fachkräfte werden ja da sowieso immer Händeringen gesucht. Da ging es hauptsächlich so um Industrie und um die Pflege. Und ich sollte immer vom Fleck weg die Leute einstellen mit irgendwelchen Verträgen, egal ob die auch schon irgendwo angestellt waren und denen sagen, dass ich einen ganz tollen Job für sie habe, obwohl es überhaupt nicht gestimmt hat. Also man sollte dann in einer gewissen Frist, das waren meistens so irgendwie zwischen zwei und vier Wochen, musste man dann eine passende Stelle suchen. Man muss sich das so vorstellen, diese Zeitarbeitsfirma war ganz neu in Freiburg. Das heißt, da gab es keine Kontakte oder ähnliches. Die hatten eben noch einen zweiten Sitz in einem anderen Stadt und dann wollten die eben expandieren nach Freiburg. Und dann hat die Inhaberin eben regelmäßig gesagt, hey, hör zu, du stellst die vom Fleck weg ein, sagst denen, wir haben eine ganz tolle Stelle. Das hat aber in der Regel überhaupt nicht gestimmt. Also dann musste man auf die Suche gehen. Und ich habe dann auch schon direkt gesagt, ich kann das nicht für mich vereinbaren, Leute, die vielleicht sogar schon in Festanstellung sind, hier direkt bei uns anzustellen, ohne dass ich denen vielleicht einen passenden Job dann vermitteln kann. Und dann teilweise wurde da, also da ging es wie auf dem Bazar dann zu. Also ich sollte die Leute in irgendwelche Stellen dann reindrängen, in die sie überhaupt nicht reingepasst haben. Also teilweise dann auch jemand, der aus der Industrie kam, wenn sie gesagt haben, hey, da gibt es gerade in einem Pflegeheim, also so eine Aushilfskraft, da durftest du auch ohne Ausbildung hin. Habe ich dann gesagt, hey, also das sehe ich irgendwie überhaupt nicht ein, den Leuten dann auch irgendwie da so einen Stuss zu erzählen. Das Allerschlimmste, was damals passiert ist, dass mir eine Pflegeeinrichtung angerufen hat und gesagt, unser Mitarbeiter ist betrunken, zur Arbeit gekommen. Oder beziehungsweise, nee, sie haben nicht gesagt, er ist betrunken. Sie haben gesagt, sie haben Alkohol gerochen. Sie haben das Gefühl, dass er betrunken, zur Arbeit gekommen ist. Sie haben also nur den Verdacht geäußert. Dann habe ich den Mitarbeiter damit konfrontiert. Der hat es dann auch bejaht. Und die Inhaberin hat dann gesagt, ja, ich soll ihn doch noch so lange jetzt hinmachen, bis der Vertrag endet. Da habe ich dann ganz klar zu ihr gesagt, nein, das werde ich nicht machen. Der arbeitet in einer Pflegeeinrichtung. Der muss Menschen helfen, denen es nicht gut geht. Und das werde ich nicht machen. Ich möchte immer abends noch in den Spiegel schauen. Das hat sie dann noch erstmal hingenommen, hat sie am nächsten Tag auch bei mir entschuldigt. Ja, ein paar Wochen später habe ich dann die Kündigung bekommen mit der Begründung. Also das war wahrscheinlich die beste Begründung, die ich je gehört habe für eine Kündigung. Sie hat zu mir gesagt, ja, Daniel, du bist morgens als nicht immer so gut gelaunt, wenn du zur Arbeit kommst. Und das finde ich irgendwie nicht so gut. Deswegen möchte ich die Zusammenarbeit mit dir beenden. Das ist so der absolute Tiefpunkt, glaube ich, so in meiner beruflichen Karriere gewesen. Das ist ungefähr fünf Jahre jetzt her gewesen. Es war so ein Jahr, bevor YouTube bei mir gestartet ist. Das war Anfang 2020. Und ja, es war eine sehr schwierige Situation dann einfach damals. Also man hatte keinen Job. Ich wollte eigentlich nicht mehr den Einzelhandel zurück. Und war dann natürlich eben erstmal aufs Arbeitslosengeld angewiesen. Ich hatte damals schon ein relativ gutes Polster. Also es war jetzt nicht so, dass ich finanziell irgendwie in Probleme geraten wäre. Ich habe schon eigentlich immer ganz gut mit meinem Geld gehaushaltet. Deswegen habe ich mir da diesmal, ja, so ein bisschen Zeit gelassen. Habe das auch der, also der Person, die für mich zuständig war beim Arbeitsamt, habe das ja dann auch so gesagt, dass ich da, also eigentlich in den Bereich HR würde ich eben gerne reingehen. Also Human Resources, Leute anstellen, Bewerbungsgespräche führen. Das hat mir immer schon sehr gut gefallen, da ich auch der Meinung bin, dass ich eine recht gute Menschenkenntnis habe. Weil fast jeden, den ich irgendwie mal eingestellt habe, ist eigentlich immer sehr gut verlaufen. Ansonsten bin ich auch jemand, der das relativ schnell dann merkt und solche Fehler auch korrigieren kann. Deswegen wollte ich gerne in diesen Bereich rein, habe aber eben nichts Spezielles gelernt. Aber ich habe ja trotzdem gerade auch in der Personalagentur als Marktleiter, also ich habe es mal hochgerechnet, so fast an die tausend Bewerbungsgespräche in den Jahren geführt. Bin eigentlich der Meinung gewesen, dass ich eine relativ gute Qualifizierung dafür habe. Aber de facto war es halt so, dass ich also nicht mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden bin. Ich habe mich auf sehr viele HR-Stellen beworben, aber die suchen da eben doch ganz andere Profile. Zumindest auch Leute, die das eben tatsächlich fachlich gelernt haben. Und im Zuge dann so dieser Arbeitslosigkeit habe ich mich dann damals oder bin ich gefragt worden, ob ich nicht auch mal bei so einer Maßnahme mitmachen würde. Das ist in einem Schulungsbereich gewesen. Also es ist eine Firma, die hier so Schulung macht. Und da ging es eben vor allem so um Marketing. Dann habe ich so, das ist ein ganz interessanter Bereich, da gehe ich mal rein. Und da wir dort immer relativ viel Zeit hatten und noch einige Projekte umsetzen sollten und zufällig war eben mit mir in diesem Marketingkurs jemand, der aus dem Bereich Webdesign, Grafikdesign kommt. Und dann habe ich mir überlegt, hey, ich habe jetzt gerade eh viel Zeit. Es ging immer nur von 8 bis 12. Ich wollte immer schon irgendwas mit YouTube mal machen. Ich fand das schon immer sehr spannend. Vor allem der silberne Playbutton, also der für die 100.000 Abos war, was ich gedacht habe, ja gut, das ist für mich sowieso immer unerreichbar und fand das immer so schon eine spannende Materie, da ich immer viel YouTube geschaut habe. Und habe dann gedacht, hey, warum nicht? Ich starte jetzt einfach mal mit einem YouTube-Kanal. Dann gab es eigentlich nur zwei Themen, die mir direkt eingefallen sind. Also ich könnte einen YouTube-Kanal übers Kochen machen oder über Aktien. und habe dann aber gemerkt, hey, ja, im Kochen-Bereich, da gibt es natürlich schon wirklich exorbitant viele. Und dann Ende 2019, Anfang 2020 im Aktienbereich, da hat es nicht viel gegeben, ja. Da gab es Finanzfluss, da gab es Talabox, da gab es Aktien mit Kopf. Aber das war es dann eigentlich schon so ziemlich, ja. Ich habe dann auch mal geschaut und habe dann eben festgestellt, so einzelne Aktienanalysen, also über ein einzelnes Unternehmen, das gibt es eigentlich fast gar nicht auf YouTube, ja, beziehungsweise gibt es eigentlich gar nicht, weil auch Aktien mit Kopf da noch gar nichts so in dem Bereich gemacht hat. Da haben wir also eher so über allgemeinere Themen gesprochen, weil auch er hat dann erst so in dem Zeitraum, das war so Ende 1920, dann mit seinen Einzelaktienanalysen angefangen. Also gerade eigentlich so zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, habe ich gedacht, hey, man kann bei YouTube nichts verlieren. Ich habe mir einfach mal ein relativ billiges Mikrofon, ich weiß noch, 13 Euro hat es gekostet, auf Amazon gekauft. Ich hatte keine Ahnung von Präsentationserstellung, von Videocutting. Mir war sowieso klar, dass ich erstmal nicht mein Gesicht zeigen möchte. Am Anfang ist auch immer so die Scham mit dabei, wenn es nicht funktioniert, dass man also nicht das Gesicht auch dazu sieht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man dann irgendwas davon schneidet und habe dann gedacht, hey, ich würde jetzt mal meine Lieblingsaktie Amazon als erstes Video machen und hat insgesamt 13 Tage gedauert, mein erstes YouTube-Video. Und habe dann so ein bisschen Blut geleckt. Ja, ich habe dann gedacht, hey, ich habe viel Zeit, ich mache jetzt dann mal noch eine Microsoft-Analyse. Dann kam eine SAP-Analyse, eine Visa kam relativ schnell und das war auch immer noch das große Wirecard-Thema. Und habe dann für mich entschieden, hey, das macht mir Spaß, ich mache das jetzt erstmal weiter. Das war am 13. Januar 2020 ist mein erstes Video damals gekommen. Und meine Freundin damals noch, jetzt heute Frau, war damals eben auch schon hochschwanger, also war dann schon im siebten Monat schwanger und habe dann aber trotzdem gedacht, hey, das wäre was, das kann man jetzt mal so ein bisschen weiter mitverfolgen. Und mein persönliches großes Glück damals ist dann eben gewesen, dass im März 2020 die Corona-Lockdowns waren. Die Börse hat völlig verrückt gespielt, es hat diesen Flash-Crash gegeben. Und ich glaube, den Rest weiß jeder, der die Zeit mitbekommen hat. Also man konnte nur noch zu Hause sein. Und das war natürlich die absolute Hochkonjunktur für YouTube. Und da dann eben auch noch, also dieser Mix aus die Leute sind nur zu Hause und die Börsen haben so verrückt gespielt, sind natürlich alle an die Börse gestürmt und haben dann genau nach solchen Videos gesucht, wie ich sie gemacht habe, diese Einzelaktien-Analyse. In einer Corona-Woche weiß ich noch, in einer der ersten, da war eben dann die Frau frisch daheim mit dem neugeborenen Kind mit meiner Tochter und gesagt, hey, wir sind sowieso zu Hause, man kann sowieso nichts anderes machen und habe dann in einer Woche jeden Tag das erste Mal geschafft, ein Video zu produzieren. Damals habe ich nur Einzelaktien-Analysen gemacht, ich habe sonst nichts anderes gemacht. Also jeden Tag ist ein anderes Unternehmen drangekommen und ich habe da für die damalige Zeit teilweise absurde Aufrufzahlen bekommen. Also für einen Kanal, der wenige hundert bis tausende Abos hatte, haben die Videos teilweise zehntausend und mehr Aufruf bekommen. Also das ist für die damalige Zeit natürlich echt krass gewesen. Und ich habe bereits in meinem ersten Monat, also März, hat der ganze Hype gestartet. Wenn man dann die tausend Abos und die viertausend schon Watchtime hatte, darf man ja monetarisieren. Und ich habe vom Fleck weg eigentlich ab April 2020 schon eine vierstellige Summe mit dem YouTube-Kanal verdient und dann habe ich da eben so richtig Blut geleckt dann und bin relativ schnell dann auf 10.000 Abos hochgekommen damals. Und so hat die ganze Geschichte YouTube dann angefangen. Genau, aber mit den ersten Erfolgen sind dann auch so die ersten Misserfolge gekommen. So mit eines der für mich schlimmsten Sachen in dem Jahr ist dann tatsächlich gewesen, ich hatte relativ wenig Ahnung noch zu der Zeit von vielen Kennzahlen, also Bilanzen und so. Jeder, der meine ersten Videos gesehen hat, der weiß, also auf Bilanzen und so bin ich da gar nie eingegangen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von dem Thema hatte, auch viele Kennzahlen. Habe ich einfach mir irgendwo besorgt und dann halt einfach mal so ein bisschen drüber geredet, ohne wirklich groß zu wissen, um was es bei diesen Kennzahlen ging. Und habe dann aber früher eine komplett falsche Verschuldungsrechnung dann gemacht. Ich wollte unbedingt zeigen, also wie der Finanzverschuldungsgrad ist, weil ich das mal in einem anderen Video gesehen hatte und habe dann da aber zum Beispiel die Short-Term-Investments überhaupt nicht mit dazu gezählt zu den Cash-Beständen, was natürlich völliger Blödsinn ist, wenn man sich da ein bisschen ausgeweilt, weil natürlich auch die kurzfristigen Wertpapiere zu den Cash-Beständen eigentlich mit dazu gezählt werden müssen. Und habe diese in mehreren Videos halt komplett weggelassen, weil ich es halt eben auch nicht besser wusste. Ich wusste eigentlich nicht mal in der Bilanz, wo man genau Cash-Bestände und Schulden, also zinstragende Schulden findet. Also schon, ja, wirklich eine echt schwierige Zeit dann gewesen. Darauf hat mich dann einer mal in den Kommentaren hingewiesen. Auch völlig normal. Aber es ist für mich so unangenehm gewesen. Und ich habe mich so geschämt dafür, dass ich da, ja, in mehreren Videos dann da einfach falsche Berechnungen dann hatte. Ich bin dann halt auch jemand, der da relativ schnell dann mal alles hinterfragt. Dann habe ich gedacht, boah, eigentlich möchte ich nie wieder ein Video jetzt machen, weil es für mich ja doch echt, ja, wirklich sehr unangenehm dann war. Aber habe dann ein relativ langes Statement dazu geschrieben, auf das wirklich so positives Feedback dann gekommen ist, dass ich mich dazu entschieden habe, es einfach weiterzumachen. Ja, dann wenige Monate später ist ja dann das Wirecard-Thema gewesen. Da habe ich auch viel Gegenwind dafür bekommen, als dann eben der KPMG-Bericht damals kam und ich dann eben für mich entschieden habe. Aufs Management habe ich schon zu der Zeit eigentlich immer geschaut, weil ich da auch noch so ein bisschen von Kodon und so, ja, so ein bisschen gebranntmarktes Kind dann eben war, dass, wenn das Management sich komisch verhält, dass man einfach aussteigen sollte. Weil ich habe ja auch auf meinem Kanal am Anfang Wirecard, ich habe damit sogar gesagt, ich glaube, dass sie 2030 das größte Unternehmen im DAX sein werden. Die Story an sich, die war natürlich spektakulär. Endlich mal ein deutsches Fintech-Unternehmen. Das ist wirklich gute Aussichten. Da hat es in den DAX gekommen. Also es ist mein absolutes Lieblingsunternehmen gewesen. Vielleicht mit Amazon zusammen noch. Aber ich habe da alle meine Hoffnungen und so reingesteckt. Es ist dann auch dann teilweise mit Abstand meine größte Position gewesen, weil ich sie immer wieder nachgekauft habe. Und dann eben den Zuschauern erklären zu müssen, nee, aufgrund des KBMG-Berichtes verkaufe ich sie. Das hat mir natürlich dann auch erstmal so einiges an Kritik eingebracht. Aber natürlich dadurch, dass es dann ein paar Wochen später zu diesem Riesenskandal gekommen ist, dadurch habe ich dann natürlich auch sehr viel an Reputation dann gewonnen, sage ich jetzt mal. Weil viele haben dann natürlich gesagt, ja, du hast es halt gerochen oder gewusst. Ich habe natürlich auch gesagt, ey, also ich habe natürlich niemals mit so einem Finanzskandal gerechnet. Also wer das behauptet, der, also keine Ahnung, ja. Das habe ich ja auch nie gesagt. Ich habe gesagt, für mich war das größte Problem an diesem KPMG-Bericht, dass ich Wirecard für immer angreifbar, als für immer angreifbar angesehen habe, durch neue Short-Selling-Attacken. Ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo das hingeht. Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass auf diese Konten, um die es eigentlich ging, dass man da keinen Zugang gewährt hat. Jetzt hinterher weiß man natürlich warum. Aber ich habe gesagt, das ist für mich ein absolut schlechtes Management, dem ich jetzt nicht mehr vertrauen kann. Und ich habe keine Lust, immer wieder auf diese Short-Seller-Attacken dann wieder darauf eingehen zu müssen, weil Wirecard ist ja teilweise 20, 30 Prozent gefallen nach solchen Short-Selling-Attacken und habe dann für mich entschieden, ich steige aus. Als Nachhinein hat es sich natürlich als großer Glücksgriff erwiesen, weil zu der damaligen Zeit, also ich war ja teilweise da mit 40, 50, 60 Prozent Depotwerten drin, weil es eben noch so zu einer Zeit war, in der ich da kein so wirklich gutes Management dann hatte, was das anging. Also gerade noch mal kurz bevor dieser Skandal war, hatte ich noch mal richtig aufgeladen bei Wirecard, ja, aber habe dann im Endeffekt nach dem KBMG-Bericht dann eben alles verkauft. Genau, dann, also ist das Jahr 2020 für mich natürlich ein wirklich spektakuläres gewesen. Meine Tochter ist geboren worden, zusätzlich daneben auch noch die tolle Entwicklung auf YouTube. Meine Frau hat natürlich am Anfang noch nicht so recht geglaubt, weil ich habe schon damals dann gesagt, relativ am Anfang, hey, ab dem nächsten Jahr glaube ich eigentlich, dass man davon leben kann. Und ja, das ist natürlich erst mal so als Hirngespinste abgetan dann und hat dann eben erst so mit den Monaten gemerkt, hey, da kommt jetzt immer mehr Geld rein, beziehungsweise es ist ein sehr stabiles Einkommen gewesen. Also reden wir eben so, am Anfang waren das so 1200, 1400 Euro, die man da so regelmäßig bekommen hat und hat dann aber eben gemerkt, hey, es wird immer besser. Und im Jahr 2021 kam dann eben diese große Kooperationsdeal, den ich mit Scalable dann hatte, der mir also einen deutlich fünfstelligen Betrag eingebracht hat. Also es ging über neun Monate hinweg, wo ich auch eine vierstellige Summe pro Monat bekommen habe, plus die ganzen Abschüsse, die mir dazu gekommen sind. Und damals hatte ich mich dann eben entschieden. Ich hatte diese Kooperation. Ich habe dann währenddessen im Alnatura Vollzeit gearbeitet, weil meine Frau eben daheim geblieben ist beim Kind und habe dann im Jahr 2020 also quasi 100 bis 110, 120 Stunden Woche gehabt. Also ich habe jeden Tag, Tag und Nacht entweder mal in Alnatura gearbeitet oder an YouTube-Videos, weil ich zur damaligen Zeit jeden Tag ein Video rausgebracht habe. Trotzdem ist das Jahr 2021 für mich aus YouTube-technischer Sicht mit Abstand das Schwierigste gewesen, problematisch, schlechteste, je nachdem, wie man es auch nennen möchte, weil so nach dem Corona-Hype auch so ein bisschen die Ernüchterung kam. Es sind sehr viele YouTube-Kanäle entstanden, die eben dann halt auch Einzelaktienanalysen gemacht haben. Viele sind wieder von der Börse verschwunden, als dann eben dieser schnelle Hype gekommen ist, also oder die schnelle Erholung dann. Und für mich persönlich, ich bin als Kanal im Jahr 2021 fast überhaupt nicht gewachsen. Also das Interesse an diesen Einzelaktienanalysen hat deutlich nachgelassen. Ich selber habe dann auch überhaupt nicht verstanden, woran es dann liegt, weil ich eigentlich der Meinung war, meine Videos sind immer wieder Stück für Stück ein bisschen besser geworden. Ich habe dann auch eben angefangen, mich intensiv mit den Zahlen zu beschäftigen, in die Self-Education zu gehen sozusagen und habe dann aber trotzdem halt gemerkt, hey, der Kanal wächst überhaupt nicht mehr. Ich habe dann mich auch überhaupt nicht mehr für die Analytics von YouTube interessiert, weil ich so frustriert war, dass es teilweise Tage gegeben hat, obwohl ein Video rausgekommen ist, dass man Abo-Rückgang hatte. Und ich habe dann da sehr lange dafür gebraucht, um zu verstehen, warum das Ganze überhaupt der Fall war. Es lag dann eben auch einfach daran, dass diese Einzelaktienanalysen nicht mehr so gefragt waren und es einfach neue Formate gebraucht hat. Ja, also ansonsten, ich war halt auch regelmäßig mit der Scalable-Kooperation relativ unzufrieden, weil es war dann eben halt auch schon so, Scalable war natürlich auch schon aus dem Jahr 2020 ganz andere Abschlusszahlen gewohnt, weil im Jahr 2020, wenn du da solche Links hattest, da hast du teilweise 40, 50, 60 Depot-Eröffnungen in einem Monat gehabt. Das war überhaupt kein Problem. Aber im Jahr 2021 war das eben nicht mehr der Fall. Ja, also ich hatte da teilweise Monate, wo nur drei, vier Depot-Abschlüsse dann waren und da waren die natürlich dann auch so ein Stück weit frustriert dann. Regelmäßig musste man da, ja sozusagen, ein bisschen zum Appell antreten. Also man musste sich halt rechtfertigen, was los ist, weil ich gesagt habe, hey, sagt mir, was ich anders machen soll. Ich mache es. Sie haben dann gesagt, ja, eigentlich ist es alles gut, was du machst, aber es kommen halt keine Abschlüsse rum. Ich habe auch gesagt, ja, aber wenn ihr mir nicht sagt, was ich anders machen soll, ich kann es dann auch nicht ändern. Ja, und deswegen ist auch das für mich dann relativ unangenehm gewesen, weil ich natürlich jede Woche eine Scalable-Integration machen musste. Wie gesagt, ich bin vom Produkt absolut überzeugt davon. Ich habe das auch damals gesagt, deswegen habe ich die Kooperation gemacht. Aber ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, dass das natürlich sehr schwierig ist, dass man sich dann regelmäßig dann, ja, ich sage immer, das Gejammer dann halt anhören muss, dass die Abschlüsse nicht passen, aber es auch keine Lösung zu dem Thema gibt, weil eben ab dem Jahr 2021 Depotabschlüsse und Affiliate-Deals also extrem stark abgenommen haben und eigentlich auch bis heute so geblieben ist. Also das ist nie mehr so gewesen wie im Jahr 2020 und wird es auch wahrscheinlich nicht mehr sein, weil eben gerade so die Neobroker auch gerade 2019, 2020 so die große Boom-Phase dann halt einfach hatten. Das große Comeback, sage ich jetzt auch mal, das mir dann wieder so Wachstum beschert hat, ist tatsächlich mein erstes Megaprojekt gewesen. Ich habe ein Video gemacht, das ging knapp vier Stunden, bei dem ich über die größten Wachstumstrends und auch über 100 Aktien in dem Video behandelt habe. Es ist ein gigantisches Projekt gewesen, das mir mega viel Spaß gemacht hat und das hat so ein bisschen den Kanal auch so aus dem Dornröschenschlaf gebracht. Also ich hatte sehr viele Aufrufe nach wie vor, eine sehr treue Fanbase, also viele sind ja noch aus der Zeit immer noch auf meinem Kanal mit dabei, aus der Kommentarsektion. Viele haben ja auch gesagt, hey, ist das Wahnsinn, wie du dich so auch eben vom Know-how da entwickelt hast, weil die natürlich auch gemerkt haben, im Jahr 2021 bin ich da fast ausschließlich auf das Geschäftsmodell, auf die Gewinn- und Verlustrechnung eingegangen, bis ich eben gemerkt habe, hey, da gibt es eigentlich sehr viel mehr, das man sich noch anschauen muss. Und dieses Video hat dann mir wirklich geholfen, sehr viele neue Abos wieder zu gewinnen, Schwung zu gewinnen und dann habe ich eben auch gemerkt, hey, da musst du deutlich andere Videoformate dann so mit integrieren und das habe ich dann auch regelmäßig gemacht. Also ich habe sehr viele Videoformate sozusagen entwickelt, neu erfunden. Das hat angefangen so von den Tierlisten, die ich immer gemacht habe, dann so Aktien, die ich für den Kauf in dem Monat spannend finde. Also das Format hat es natürlich schon gegeben. Dann habe ich so eigene Depots immer gerne gebaut. Das ist zum Beispiel auch, das habe ich so sonst zur damaligen Zeit noch nicht auf einem anderen Kanal gesehen. Das habe ich schon sehr oft dann eben gemacht, dass ich so Depots gebaut habe, wenn man zum Beispiel nur auf deutsche Aktien setzen dürfte, nur auf europäische Aktien, nur auf Wachstumsaktien, nur auf Dividendenaktien, weil es auch vielen Leuten immer geholfen hat, wie ich so Depots aufbauen würde, obwohl ich vielleicht gar nicht in dem Sektor dann zu Hause bin. Ja, ich habe dann auch so ein bisschen, auch für mich noch, ich bin auch im Jahr 2020 noch in einigen High-Growth-Titeln unterwegs gewesen. Das ist so ein bisschen geschifftet dann auch bei mir, so Richtung noch mehr Qualität, beziehungsweise ausschließlich Qualität und habe dann eben auch entdeckt, dass viele meiner Zuschauer sich auch für das Dividendenthema interessieren und das ist dann so der nächste große Schub gewesen und habe dann eben auch aufgrund dessen Qualitätsunternehmen, dann ein bisschen Kennzahlen und eben auch Dividendenthema. Auf diese drei Themen bauen dann eben so in der Regel meine Videos dann auf. Die Einzelaktienanalysen, ihr habt es ja selber gesehen, die sind mittlerweile mehr so in den Hintergrund gekriegt, weil es da einfach nicht mehr so das große Interesse bei den Leuten gibt, sondern eher so etwas kürzere Einblicke, wie zum Beispiel mein Crash-Aktienformat, in dem ich mir Aktien anschaue, die zuletzt es schwierig hatten, dass man nicht einfach jedes Mal wieder alle Zahlen runterbeten muss. Es ist ja klar, wenn ich eine Alphabet-Aktienanalyse einmal im Jahr mache, ja die Zahlen, die kennt man ja halt schon oder die kennen die meisten in und aus. Wenn die wollen lieber gucken, was ist neu im Geschäftsmodell, was sind aktuell die Probleme, welche gewissen Zahlen sind jetzt aktuell problematisch, die wollen nicht jedes Mal die Umsatzentwicklung der letzten fünf Jahre bei Alphabet dann sehen. Ja, also das sind harte Learnings gewesen, aber ich habe mich da so ein bisschen durchgebissen, habe dann auch sehr viel mich mit den YouTube-Analytics beschäftigt, was einen extremen Boost dem Kanal gegeben hat, dass ich also auch gemerkt habe, YouTube ist nicht nur das, was du in den Videos erzählst, also irgendwas über irgendwelche Aktienanalysen oder auch über das Wissen per se, sondern es ist auch sehr viel mit Sprechtechnik, also wann muss man was sagen, wie ist der Anfang aufgebaut, wie das Ende von dem Video, dann auch was muss man mit Videos an sich machen, die schon veröffentlicht sind. Also da gehört eben auch sehr viel mit dazu und auch das musste ich eben dann erst lernen dann, ja. Ansonsten, 2022 ist für mich am Anfang auch sehr schwierig gewesen, da die Scalable-Kooperation dann vorbei war und ich dann erstmal keine Kooperation mehr hatte. Ich habe im Nebenjob nur noch nebenberuflich, also nur noch auf Teilzeit gearbeitet und das ist dann auch nochmal eine sehr schwierige Zeit dann gewesen, weil man wusste dann eben auch, okay, das zweite Kind ist jetzt eben auch schon da, was macht man jetzt, ja, weil YouTube hat zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht 2000 Euro pro Monat abgeworfen, aber reden wir alles also noch vor Steuern, also nicht irgendwie netto, sondern brutto dann und hatte dann zu der Zeit Anfang 2022 keine Kooperationen mehr, sodass es dann schon recht dünn geworden ist. Also ich bin dann froh, dass ich damals die Geschichte mit sowohl, und dann habe ich eben innerhalb von wenigen Wochen sowohl eine langfristige Kooperation mit Stock 3 als auch mit Timeless abschließen können, das dann für mich auch wieder, ja, wirklich, ja, so wieder Luft zum Atmen gegeben hat, sodass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir wirklich keine Gedanken mehr machen, also ob vielleicht dann doch mal wieder im Allnatura die Stunden nach oben gesetzt werden müssen oder man halt irgendwelche komischen Placements annehmen muss, das war für mich aber irgendwie nie ein Thema, weil ihr wisst, ich habe immer sehr, Placements habe ich sowieso fast gar nicht, wenn dann nur langfristige Kooperationen mit Produkten, die ich eben auch selber nutzen würde, ja. 2022 war ja dann auch der Bärenmarkt, der ja recht schwierig war, weil dann auch ich natürlich nach diesen Hypejahren dann mein Depot erstmal richtig abgeraucht ist und dann eben auch sehr viel Häme, Spot, Hater in den vor allem Depot-Updates gekommen ist, als dann mein Depot auch performanstechnisch unter den S&P 500 gefallen ist und viele dann eben gekommen sind, die sonst auch noch nie auf dem Kanal waren und dann eben so auch vielleicht ihren Frust abzuladen, den sie so an der Börse erlebt haben und sagen, hä hä, siehst du, ja, Einzelaktien funktioniert gar nicht, warum legst du nicht alles in MSCI World an? Und ich habe immer gesagt, das sind alles Momentaufnahmen, ja, aber wenn du dann natürlich unter jedem Depot-Update sehr viele solche Kommentare hast, dann ist die Überlegung natürlich auch immer da dann einfach zu sagen, okay, dann gibt es keine Depot-Updates mehr, weil ich sage immer, es ist mein Kanal, ich kann machen im Prinzip, was ich möchte, man ist niemandem Rechenschaft schuldig, ich würde das gerne mit den Depot-Updates machen, aber genau das ist eben auch der Grund, warum es sehr viele nicht machen, weil eben man sich für alles im Prinzip rechtfertigen muss und jeder in den Kommentaren weiß es sowieso besser als der andere, es ist ein schwieriges Thema, ja, und wenn man dann immer wieder solche Kommentare dann bekommt, vor allem eben unter diesen Videos, wenn sowieso die Zeit an der Börse schwierig ist, das ist ja dann eben was, was noch on top dann kommt, da muss man dann sagen, ja, da stellt man da natürlich auch so einiges in Frage, gerade auch bei den Formaten, es wird ja dann auch die eigene Arbeit in Frage gestellt, ja, der kann ja nicht mal den MSCI World outperformen, warum sollte ich mir überhaupt irgendwelche Videos dann darüber anschauen, ja. Also ab Mitte, Ende 2022 bin ich dann auch nochmal sehr intensiv so in die eigene Fortbildung gegangen, habe dann auch sehr interessante Menschen in dem Zuge kennengelernt, vor allem Ellen, mit dem ich ja seit über einem Jahr regelmäßig Videos mache, also es ging auch schon Ende 2022 los tatsächlich, also er begleitet den Kanal auch schon sehr lange und im Jahr 2023 dann Michael den Goldesel bei der Invest kennengelernt, mit dem wir dann Podcasts sozusagen gestartet haben. Das hat mir persönlich auch nochmal sehr stark weitergeholfen, hat sehr vieles gelernt über verschiedene Sachen und hat mir dann eben auch geholfen, mich da weiter zu motivieren. Ich habe dann eben die Videos, gerade auch im Zuge des Podcasts, habe ich die Videos ein Stück weit zurückgestellt, habe also zwei Videos weniger pro Woche gemacht, um dann dafür zweimal den Podcast aufzunehmen und das ist auch für mich persönlich wieder sehr wichtig gewesen, weil ich immer mir selber den Druck gemacht habe, es muss jeden Tag ein Video kommen, ich möchte das machen, wegen YouTube-Algorithmus, obwohl es völliger Quatsch ist, also der Algorithmus setzt nicht darauf, dass du jeden Tag ein Video machst, aber man ist halt eben auch so ein Stück weit dann so in dem Trott drin gewesen, ich habe gedacht, hey, ich möchte da gar nicht erst rausfallen und so, man muss sich dann halt immer wieder neue Sachen für Videos überlegen und das ist schon ein großer Unterschied, ob du eben wie jetzt aktuell vier Videos pro Woche winst oder eben sechs Videos und so konnte ich eben auch Formate wie die News zum Beispiel dann eben auf das Podcast-Format umlagern, der für mich sowieso viel besser geeignet, also Podcast ist für mich viel besser für sowas geeignet, wie dann eben diese normalen YouTube-Videos dann deswegen. Das Jahr 2022, 2023 sind eigentlich trotzdem wirklich sehr gute Jahre dann für mich gewesen und natürlich gab es auch hier dann einige Rückschläge. 2023 ist das Schlimmste, was für mich da eben der Fall war, ist tatsächlich, dass die BaFin sich ja bei mir gemeldet hatte und ich erstmal überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich habe gesagt, ich habe für mich persönlich, hat es sich erst so angelesen, dass ich den Kanal eigentlich im Prinzip gleich dicht machen kann. Das ist zum Glück nicht der Fall gewesen, das ist mittlerweile alles mit der BaFin geklärt gewesen. Die haben vor allem im Jahr 2023 viele Influencer angeschrieben, man musste sich dann eben bei denen sozusagen registrieren oder bei denen heißt es eben anzeigen. Aber es ist auch eine Zeit gewesen, die sehr schwierig dann für mich gewesen ist, weil ich eben nicht wusste, wie das jetzt weitergeht, ob ich jetzt gar nicht mehr über Aktien oder irgendwie reden darf. Und genau, das war eben an sich so auch wieder so ein Tiefpunkt im Jahr 2023, aber es gab viele Höhen. Ich habe einen neuen Job angetreten bei Stock3 dann Anfang letzten Jahres. Ich arbeite dort jetzt eben sowohl als Social Media Manager als dann eben auch immer noch als Kooperationspartner mit meinem Kanal zusammen, weil ich ja eben von den Produkten von Stock3 nach wie vor überzeugt bin, es eine tolle Firma ist. Und für mich persönlich, dass es halt auch sich finanziell sehr stark ausgezahlt hat, also ich verdiene dort natürlich sehr viel mehr als davor in meinem Job bei Alnatura. Und zusätzlich kann ich alles von zu Hause machen. Ich arbeite nur noch bei mir zu Hause in meinem Büro sozusagen, hinten in meinem Kämmerlein, wie ich es so gerne nenne. Und das hat natürlich uns auch familiär sehr viel geholfen, dass man da also auch mal kurzfristig irgendwelche Sachen machen kann. Das ist halt anders wie im Einzelhandel dann genau. Dann, wie sieht so mein Arbeitsalltag jetzt aktuell aus? Da möchte ich euch natürlich auch so ein bisschen Einblicke gewähren. Also in der Regel ist es so, ich stehe so um 7 Uhr morgens auf. Dann wird ganz normal gearbeitet bis so 13 Uhr, beziehungsweise bis 12 Uhr. Und dann mache ich immer eine Stunde Pause. Es ist also egal, was ist. Das ist was, was ich schon sehr früh gelernt habe. Ebenso seit ich auch in der Mitarbeiterführung und so zu Hause war. Also gerade eben so als Marktleiter. Ich habe gemerkt, egal wie schlimm die Krisen gerade ist, nach dieser einen Stunden Pause sind die Krisen nicht besser oder nicht schlechter als davor. Also diese Auszeit, die nehme ich mir jeden Tag. Das ist meistens von 12 bis 1 Uhr. Ich koche tatsächlich auch mittags immer was. Und möchte da einfach so ein bisschen den Kopf wieder frei bekommen, resetten. Ich gucke dann meistens irgendwas im Fernsehen an. Also irgendwas völlig Stummes, wo man einfach nur mal abschalten kann. Ich gucke da irgendwelche Comedy-Serien oder eben auch irgendwelche andere Netflix-Serien an. Und das mache ich dann eben, während ich was Gutes am Essen bin. Und kann dann eben 13 Uhr wieder ganz normal starten. Dann kommt es eben darauf an, ist was mit den Kindern geplant. Die kommen immer um 14 Uhr nach Hause von der Kita oder beziehungsweise vom Kindergarten. Wenn dann was geplant ist, kann man auch mal mittags sagen, hey, jetzt geht mal was mit den Kindern machen. Ansonsten arbeite ich meistens so mittags bis 16, 17 Uhr. Und abends, wenn die Kinder im Bett sind, das ist meistens ab halb acht an der Fall, dann gucken wir zwar in der Regel immer Fernsehen, aber dann ist meistens das Laptop eben auf meinem Schoß. Und ich mache dann dort, vor allem eben bei uns dann auf dem Sofa, erstelle ich eben so neue Präsentationsfolien für die YouTube-Videos. Also abends mache ich für Stock 3 nichts mehr, aber eben dann hauptsächlich die YouTube-Arbeit. Und das ist dann oft bis 24 Uhr der Fall. Also ihr merkt, das sind sehr lange Tage. Aber gerade eben auch so die Videoerstellung, die Präsentationserstellung für YouTube, das ist für mich keine Arbeit. Das ist wie wenn man abends sagen würde, hey, ich gehe jetzt mal kurz zum Fußball ins Stadion oder so. Also das ist für mich so abschalten, auf der Couch liegen, einfach so nebenher ein bisschen neue Videos erstellen. Das ist für mich halt absolutes Hobby. Deswegen ist das also auch absolut kein Problem. Aber es gibt auch mal wirklich auch mal zwei, drei Abende, wo ich sage, nee, jetzt habe ich wirklich überhaupt keine Lust, irgendwas am Computer zu machen. Und dann guckt man halt einfach weiter Fernsehen dann oder macht sonst irgendwelche Hobbys. Also wie gesagt, ansonsten viele fragen auch immer, was sind so deine Hobbys? Also ich bin eben ein leidenschaftlicher Koch, wie ich ja bereits erwähnt habe. Ansonsten gibt es aktuell nicht so viel, weil man natürlich eben tagtäglich mit der Familie unterwegs ist. Ich habe es ja gesagt, wir haben Dauerkarten für den Europapark, also da gehen wir regelmäßig hin. Und wir machen auch viele andere Unternehmungen dann halt. Also wir sind sehr viel mit den Kindern draußen unterwegs. Das ist also sozusagen noch mein Hobby. Wenn aber doch nochmal irgendwie Zeit ist, bin ich also auch ein leidenschaftlicher Comic und vor allem eben so Manga, Anime bin ich zu Hause. Ich habe es oft gesagt, dass ich bin ein sehr großer One-Piece-Fan, gucke aber auch andere Sachen dann eben in den Bereichen an. Wie zum Beispiel Death Note gehört dann mit dazu oder ja, gibt es also wirklich viele Sachen, die ich da gerne anschaue oder lese. Und das ist eigentlich so mein Alltag, wie er dann stattfindet. Also mittlerweile bin ich eben sehr froh, wie sich auch der Kanal entwickelt hat. Ich habe ja vor kurzem ein Video so über die Einnahmen gemacht. Also in diesem Jahr werden es voraussichtlich so 100.000 bis 110.000 Euro an Bruttoeinkommen werden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als Selbstständiger, das Ganze so zu berechnen. Also der Weg ist eigentlich also wirklich Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, wenn man überlegt hat vor vier Jahren, also Anfang 2020 noch arbeitslos gewesen. Und jetzt ist man in solchen Regionen dann unterwegs. Da bin ich natürlich auch ein Stück weit sehr stolz drauf, weil ich auch weiß, es hat mir niemand geschenkt. Ich bin immer am Ball geblieben. Ich habe mir das alles erarbeitet. Aber man muss auch sehen, Social Media ist sehr schnelllebig. Also da kann nur eine Situation irgendwie eine Blöde sein und es kann auf einmal wieder vorbei sein. Gibt es viele Beispiele auch von anderen Influencern oder ja, es kann auf einmal irgendwie nicht mehr so, es kann sein, dass man mit seinen Themen nicht mehr so den Zahn der Zeit an der Börse trifft, weil gerade eben hier auch sehr vieles immer, auch sehr viele Profis halt unterwegs sind mittlerweile auf den Social Media Plattformen und Kanälen. Da muss man so immer gucken, dass man am Ball bleibt. Aber ich habe eben auch noch einen anderen Job, den ich nachgehen kann. Das ist immer noch so ein bisschen mein Sicherheitsnetz. Ich habe auch nicht vor, bei Stock 3 aufzuhören. Deswegen, da wisst ihr mal, wie so mein Arbeitsalltag dann aussieht. Genau. Jeden Dienstag habe ich übrigens auch noch meine Kinder, weil da meine Frau einmal die Woche arbeiten geht, dass sie eben auch mal rauskommt. Also Dienstag ist eigentlich immer komplett für die Familie blockiert. Aber an allen anderen Tagen muss man eben gucken, dass der Laden läuft sozusagen. Genau. Ansonsten, was sind noch so Ziele für die Zukunft? Nächstes Ziel natürlich ganz klar die 100.000 Abonnenten. Ich möchte den YouTube Play Button haben. Das ist mein ganz großes Ziel, mein ganz großer Traum, was das eben angeht, die unternehmerische Arbeit. Aber ich habe es auch gesagt, also auch so depotechnisch und so, habe ich eigentlich wenig Ziele, wo es hingehen soll. Ich habe gesagt, ich stecke da das Geld rein, dass ich der Meinung bin, welches ich investieren kann. Für alles andere, ja, Lebenshaltung wird natürlich immer teurer, wissen wir auch alle. Aber man hat sich jetzt natürlich eben auch so ein Stück weit von den Einkommensquellen dann eben mal so aufgestellt, dass man eben hier, ja, so ein bisschen, das ist für mich eigentlich so die finanzielle Freiheit, die wir jetzt eben haben, und dass man sich nicht die Sorgen machen muss. Wir haben es jetzt gerade eben erst erlebt, dass die letzten Tage beide unsere Autos kaputt gegangen sind. Ja, aber das ist halt eben schön zu wissen, dass man sich jetzt darüber nicht so diese ganz großen Sorgen machen muss, wie es früher der Fall gewesen wäre, denn auch als Marktleiter habe ich gesagt, also das ist nicht so. Ich kann es ja mal sagen, ich habe es ja auch schon öfters gesagt, dass ich habe als Marktleiter ungefähr 3.700 Euro brutto verdient. Das sind damals, da war ich auch noch nicht verheiratet. Also ich habe damals so 2.1, 2.2 netto rausbekommen. Das ist für die Verantwortung, die ich damals hatte, fand ich es so ohnehin eigentlich auch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht. Ich hatte teilweise über 30 Mitarbeiter zu führen. Also ich fand es der, also die Entlohnung gegenüber der Verantwortung, die ich hatte, eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt. Aber das ist natürlich eine Diskussion, darüber könnte man stundenlang debattieren. Aber ich habe es dann eben auch gesagt, also das ist eben auch was für mich persönlich, was jetzt so die Freiheit als Arbeit, als Influencer ausmacht. Aber ihr habt es ja auch mitbekommen, also es gibt sehr viel auch negative Aspekte. Wenn ich krank bin, wenn keine Videos kommen, dann werde ich natürlich auch überhaupt nicht bezahlt. Das ist auch was, was man dabei mitbedenken muss. Denn das ist eben nicht so wie bei einem angestellten Arbeitgeber, dass du dann einfach weiter bezahlt wirst. Deswegen, es hat auch seine Schattenseiten, aber insgesamt ist es für mich mein absoluter Traumjob, den ich hier nachgehen kann, weil ich niemandem eine Rechenschaft schuldig bin, außer natürlich einmal im Jahr im Finanzamt. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Viele fragen ja auch immer, ob ich mir irgendwie geplant habe, ins Ausland zu gehen und so. Sag ich, überhaupt nicht. Ja, natürlich, mich ärgert es, also nicht, dass ich Steuern zahlen muss, sondern mich ärgert eher die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt, weil sie oft sehr schwierig ist, weil dort sehr viele Schnellschüsse geschehen. Da kann ich auch eine lustige Anekdote erzählen. Also ich hatte im Jahr 2022, ist bei mir der Wechsel gewesen vom Kleinunternehmer zum, also mit Umsatzsteuer dann, das muss man als Kleinunternehmer eben nicht machen. Und ich habe direkt vom Fleck weg dann eben auch die Umsatzsteuervoranmeldung immer gemacht, die man einmal, bei mir ist es einmal im Quartal, machen muss. Das habe ich dann über Monate hinweg gemacht. Aber die Einkommenssteuer, also die komplette Erklärung für das Jahr 2022, die macht man natürlich erst im Jahr 2023 dann irgendwann. Ja, also das dauert ja dann eben immer eine Zeit lang. Und dann ist es eben der Fall gewesen, dass ich auf einmal eine Aufforderung bekommen habe, bitte mach sofort alle Umsatzsteuervoranmeldung ab dem ersten Quartal 2022. Dann habe ich im Finanzamt angerufen und gesagt, ja, aber das habe ich doch eigentlich immer gemacht. Also von der Stelle, von der ich es bekommen habe. Da hat er gesagt, ja, er hat da jetzt gar nicht so genau nachgeschaut. Er hat einfach gesehen, dass ich Umsatzsteuerpflichtig bin und hat mir den Brief geschickt. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ist jetzt erledigt. Zwei Tage später kriege ich von meiner Sachbearbeiterin einen Brief. Nochmal mit der Aufforderung, bitte mach die Umsatzsteuervoranmeldung ab dem ersten Quartal 2022. Dann habe ich auch bei dieser Stelle angerufen. Das erste ist der Prüfer gewesen von der Einkommensteuererklärung. Das zweite ist eben meine Sachbearbeiterin gewesen und habe die angerufen. Dann hat sie schon wohl meine Nummer gesehen, beziehungsweise hat sie irgendwie gewusst. Ich habe gesagt, ja, war es mal Daniel? Dann habe ich gesagt, ja. Sie sagt, ja, dann ist auf einmal ganz ruhig am Telefon geworden. Dann hat sie gesagt, ja, sie muss sich jetzt entschuldigen. Sie hat jetzt auf einmal gemerkt, also sie hat gesehen, ich bin Umsatzsteuerpflichtig, hat es in ihren Computer eingegeben, dann auch mit der Aufforderung. Und ganz am Ende hat der Computer dann aber ihr eine Fehlermeldung angezeigt, weil ich eben schon alle Umsatzsteuervoranmeldungen eingereicht hatte. Aber der Brief ist dann halt irgendwie trotzdem schon erstellt worden und an mich abgeschickt worden. Sie hat auch gesagt, ja, sie haben natürlich sehr vieles zu tun immer bei sich im Amt. Sie wollen die Sachen immer so schnell wie möglich wegbekommen. Aber da haben wir uns jetzt natürlich sehr viel mehr Arbeit aufgehalts, als es sein muss. Da habe ich gesagt, ja, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Oder ich musste in den vier Jahren, in denen ich jetzt unternehmerisch tätig bin, fünfmal beim Finanzamt anrufen. Insgesamt dreimal ging das Telefon nicht. Also komplette Leiden nicht. Also es ist Wahnsinn, wie da teilweise die Zustände dann eben sind. Natürlich im Nachhinein ist es immer lustig. Aber auch das sind eben Sachen, die einen dann so ein bisschen belasten. Weil ich habe die Briefe gekriegt, habe ich irgendwas komplett falsch gemacht? Habe ich eine falsche Nummer angegeben? Weil natürlich habe ich sie auch immer an Tagen bekommen. Also immer kurz vor Wochenende. Das sind auch so Sachen, die nimmst du das ganze Wochenende dann mit, weil du überhaupt nicht weißt oder der Meinung bist, du hast alles richtig gemacht. Denn ich glaube, jeder von uns weiß, also mit vielen Stellen möchte man Ärger haben. Aber mit dem Finanzamt möchte man das eben nicht haben. Und es gehört eben leider sehr viel mehr mit dazu, als nur die YouTube-Videos zu machen, sondern eben auch Buchhaltung, steuertechnisch. Es ist wirklich sehr vieles, was sich eben auch hinter der Kamera abspielt, was man so als Zuschauer gar nicht mitbekommt. Aber wie es eben in meinem Leben so ist, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich hoffe, ich konnte euch heute nun mal so ein bisschen Einblicke und die Entwicklung des Kanals mal so ein Stück weit näher bringen. Und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar dafür, dass ihr mich alle auf dem Weg hierhin begleitet habt und hoffentlich auch in Zukunft weiter begleiten werdet. Ich bin natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, neue Formate, ob man irgendwie neue Projekte starten kann. Also es kommt mit Sicherheit auch noch einiges in den nächsten Monaten und Jahren auf euch zu, worauf ihr euch schon mal freuen dürft. Und dann würde ich sagen, auf die nächsten 50.000, damit wir die 100.000 Abonnenten so schnell wie möglich knacken.